kurz durch schauen wir noch mal kurz durch ich alles habe hier habe ich gemacht ja eins nee ich habe eine Ladebuchse am Handy geschlottet jetzt muss ich den Akku extern deswegen muss ich die ganze Zeit wechseln ach echt du hast dein ach du hast hier dein Ding geschlottet oder was unten das stecken wir mal rein wow wer hast denn das zusammen gebracht das ist natürlich echt malig ja extrem habt ihr das schöne Abendkleid gesehen von der Uschi hier kann ich ja mal hier noch mal zeigen ich kenne ja die ganzen das ist eines der ersten schönsten Kleider gewesen in Wau von der Uschi da hinten sehr sehr leer vorne auch interessant mal hier ein bisschen Blutelfensdrück machen ja nach acht geschotten Ladekabeln müsste mal was anderes dran kommen boah wie schafft ihr das die ganze Zeit? Bekannte von mir genauso eine Freundin von mir auch die schottet ein Ladekabel nach dem anderen also ich weiß nicht ich habe das Handy und ich habe da mein erstes Ladekabel ja bei ihr anscheinend die Katze die spielte mit gerne ja ja gut fremdeinwirkung aber selbst gleich wenn man halt am Stecker anfasst sondern nur bloß am Kabel rum rupft kann auch sein dass man eben auch mit dem Kabel mit der Hand bleibt und der Stecker bleibt steht im Recken ja und kein Plan wie ich das geschafft habe erst war es nur eine Wackelung jetzt geht geht's gar nimmer genau schon verallgemeinern hier wie oft hast du es denn schon geschafft Ria? wie oft hast du es denn schon geschafft? da sind die Süßigkeiten man kann ja jedes Jahr so Süßigkeiten holen hier gibt es ja immer Süß oder Saules das habe ich gelesen ist jetzt bei ArcGrid genauso haben sie das auch nachgemacht hier da ist es dann kann ich jemand verwandeln hier äh 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 in ein Spinnenkostüm einfach so kann da drauf klicken auf den und auf den kann ich ihn verwandeln da hier äh oder nicht so geht es nicht ach Partymember geht nur noch wenn man in der Gruppe ist war das früher auch so? ich glaube nicht, könnte man noch jeden verwandeln weiß ich nicht mehr ja jetzt geht es doch noch wenn man in der Gruppe ist 3 Ladekabel in einem Monat wow das ist ein Verschleiß also das ist echt krass alles lebt noch bei mir Gags der ganze Körper im Zittern, wa? da kann man ja sogar, stimmt da kann man sogar Rekorde aufstellen und wer ist der Rekordhalter bei dir in der Gegend? da, das eine ist ja dein persönlicher Rekord das eine ist ja dein persönlicher Rekord das ist auch gut, der Char heißt Rumpelkammer und ist auch in Amerika auf dem Server und die wissen ja nicht was das ist weißt? so Lade war gerade hier wegen anziehen kleiner Tipp an dich vom Experten hol dir zukünftig ein Handy das Kontakt oder das Laden über Induktion ermöglicht solche Smartphones gibt es nun schon liegt nun schon zu Schalen okay äh ja aber gibt noch nicht so viele, wa? wie spannend wie du bist noch da aber wollten wir jetzt gerade mal loslegen hier anziehen? jetzt sag nicht du jetzt sag nicht du warst nackig vom PC und hast meinen Stream geschaut also jetzt geht es aber los mhm ich das hat sonst niemand geschafft mein Umfeld du ey, wow das gehört ins Guinness Buch der Laras wunderbar hier du bist also Rekordhalter ja very nice wieder da was? wieder da schön in der Decken hast du dich hast du dich eingekuschelt oder wie? was heißt das genau? ich weiß es gibt auch so Teile die man irgendwie anschließen kann als Erweiterung und schaffst du schaffst schaffst du überhaupt den Akku zu laden? also wenn du den ersten lädt schaffst lädt der erste fertig bis der dritte zu Ende geht ich hoffe ich habe das richtig formuliert Geck sich mal und das hat Tom Masa Flauer sagt mir doch sowas nicht iiii ich verbiete dir mein Stream zu schauen in Unterhose du jetzt ne sexy ladies und ich sage okay das ist ja auch kein Problem aber aber bei Ihnen ich ziehe die ich ziehe die mit den Jeans okay naja Boxe Shorts geht ja auch irgendwie noch aber ne wer geht denn das Tier in da dachte ich mir grad ich habe das Tier in die Spitze 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 untergesetzt haben weil jeder in meinem Umfeld hat das eigentlich ist seit Jahren schon und ich probiere es pro Jahr ca. 120 mal und es klappt nicht jetzt kommt irgendwann hin wenn ich morgens den Akku wechsel habe ich nur 90% und normalverbrauch also ohne Twitch muss ich mittags den Akku nochmal wechseln auf dem ich dann 80 bis 85% habe aber haben es nochmal 85% voll die Statistik hast du da eine Excel-Tabelle mit wo du das Ganze aber so einträgst und dann bewertest und so du führst ja richtig Buch genau die äh Kippo das muss ich halt immer jedes Mal wo ist denn Shift-C da Kannst du aber nicht über irgendwas anderes schauen? Kannst du nur über das Handy schauen da? Das ist hier das kommt hier Shift-E Äh wo ist denn Flameshot dann? hmmm vor allem sortieren hier echt krass dass alles verschoben ist es sind so viele Symbole wo du alles neu sortieren musst sieht man ja vielleicht was ich hier in und her schiebt kurz außen einloggen nein ich höre nicht buch aber ich dachte ein wenig nachdem wir nicht darauf nach drei wunderten weil sie es ungefähr so hat man so einen gewissen spür sind für die akkus die man trägt und besitzt und hat mein laptop habe ich auch geschottet dann kann ich sauerkraut besetzen du kannst am pc deine eltern nicht sauerkraut essen ist das ist verständlich das ist nicht wollen wird der schmutzig wird der schmutzig hier oder es ist auch so verstanden die sauerkraut essen ist scheiße mit sie der eltern ja 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 für das wirst du auch schon mal daraus ließ ich glaube lager hatten kleine zerstörungswaren kann das sein ist ist schon wieder mit autokorritur ja hat auf jeden fall ein talent dafür sachen kaputt zu machen also gut aber du bist ja noch jung du wirst das schon noch lernen also gebe ich denke ich halt mal dauer besetzen ach so dauer besetzen hier ja weiß ich 3 ich kann echt schon nicht mehr tippen ja gut durch das ganze akku wechseln ist klar irgendwann sind die hände ja auch kaputt verstehe ich verstehe ich vollkommen hier mach nicht du bist doch total nervös hier ist ja klar bist du bist der live im stream hier sind die milliarden zuschauer kommen irgendwann zerstörungswaren ja extrem aber wieso geht ich nicht mehr bei dem account warte mal wie kann man denn das belegen hier da unten auch ich nie überlegen müssen beim ganzen wir leben noch nicht kieber in movement action war wohl die action war targeting nein interface fern ich möchte er gut von der wenigen mit ihm die Gruppe an der hier zack habe ich erfolge von mir so wie es ist locker nach Prozent Jahren wieder ein und es muss ich jetzt noch was umstellen wenn ich dann das nächste Mal einloggen, dann kann ich mich sofort anmelden dann fällt diese ganze Umstellarbeit weg hast du jetzt so lange nicht mehr gespielt oder? September 2013 okay ist doch schon eine ganz schöne Zeit und naja es ist ein riesen Patch rausgekommen von 5, 4, 8 auf 6, 0, 2 immer jedes neue Addon hat eine ganz neue Version das ist die sechste Version und hat sich halt sehr sehr viel geändert und die ganzen Addons müssen auch abgeladet werden, angepasst und so ich mache meistens Blizzard einen Monat bevor das Addon rauskommt damit man schon Zeit hat sich vorzubereiten es läuft immer mit dem gleichen Schema ab hey Justin hab nicht gedacht dass du wow spielst Gags hast du wie ich eben erzählt habe ich weiß nicht ob du gehört hast ich habe bei September 2013 aufgehört habe davor ja die Jahre gespielt 8 Jahre oder so 8 ne ich weiß gar nicht mit Pausen halt die Pausen zähl ich halt nicht immer dazu zieh ich zieh ich nicht immer ab jo steht ja auch unten im Stream schon seit Monaten dass ich das auch zeigen will wenn es rauskommt der Mac bildet euer eigenes Bild also meine Eltern haben mich einmal in meinem Zimmer einsperren wollen seitdem brauche ich die Tür nicht mehr öffnen um rauszukommen also Zerstörungswahn ach so kannst du Haudoken und Shorayyuken und Tatsarazak Menoken ah wenn du weißt was das ist weißt du was das ist Timmy? ja weiß ich aber nicht sagen vielleicht schau mal ob sie das so weiß bei mir ist auch schon mal nichts Glasscheibe zu bruch in der Tür gegangen ok ne ne nicht neue Char das ist nur meine meine Abstellkammer nicht neue Char die sind schon länger hier und äh Spinnweben muss ich jetzt äh ja entfernen und sie halb reanimieren reanimieren die Charaktere ja Shorayyuken Tatsarazak Menoken Shorayurepa also ganz ganz wichtige Moves die man im Leben leben muss im Leben lernen muss göttlich Haudoken genau Justin weiß von was wir sprechen sie ist immer vor der Tür Haudoken also wie du hast gelernt sie die Tür zu zerstören keine Glastose sie ist war aus Holz also deine Eltern haben dich eingesperrt und du hast die Tür vernichtet wie Chuck Norris du hast die angeschritte Tür ist einfach umgefallen oder ist zu Staub geworden krass das also doch deswegen der Name Lara Lara Croft hätte das auch geschafft krasse Schande alles ja